moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgefahren nicht dabei seit letzter schluss dieses mal habe ich mir den raspberry pi p400 wieder hervorgekramt den hatten wir schon mal vor zwei jahren gefühlt irgendwie und das ganze jetzt mit debian 12 gucke ich mir gleich mal an ich brauche so ein system für ein anderes projekt so dass ich denn mal irgendwas habe was über hdmi im bild ausgibt und das habe ich dann mal zum anlass genommen damals und debian 12 drauf zu packen was irgendwie ja mal gucken was da rauskommt also ein paar bunte bilder werden rauskommen welchen desktop ich installiere und so das entscheide ich dann sehr dynamisch und spontan dann nochmal ganz kurz dazu zu debian 12 was bookworm heißt also der bücherwurm darum auch dieses wunderbar generierte bild von einem wurm mit buch und mit großer brille natürlich debian 12 wurde am 10 6 2023 veröffentlicht und hat circa 64.000 software pakete die kann man installieren man wird wahrscheinlich niemals ein system haben wo man wirklich alle auf einmal installiert aber man hat wirklich eine sehr sehr große Auswahl an software paketen die man installieren kann das ganze möchte ich eben auf dem p 400 das ist so ein raspberry pi mini computer mit integrierter tastatur oder für mir die tastatur hat einen integrierten raspberry pi 4 genau ein 4er ist da drin der glaube ich sogar noch ein bisschen besser ist als der normale 4er den man so von der platine her kennt und da ist auch so eine maus mit bei ich habe das schon mal gezeigt ja man kann debian 12 auch für verschiedene architekturen runterladen und es gibt getestete images also das sind so dateien die schreibt man auf der sd karte und dann bootet man davon ich habe jetzt diese version hier runtergeladen die ist auch für den raspberry pi p 400 wohl praktisch also die funktioniert wohl darauf hat irgendjemand gesagt dass es geht ich gehe davon aus dass das auch wirklich so stimmt aber wir werden es gleich sehen ob es wirklich klappt oder nicht diese dateien müssen wir jetzt ja noch auf eine sd karte oder offen usb stick also ich habe wirklich jetzt mal eine sd karte genommen obwohl usb stick normalerweise schneller ist oder eine externe ssd ist normalerweise noch schneller aber ich habe eine sd karte genommen da haben wir einmal den dateienamen wo dieses image drin ist das ist mit xz komprimiert das ist so ein kompressions algorithmus der relativ gut ist also ja also der ist halt sehr gut und das ganze muss erst mal entpackt werden über xz cat minus die sagt das wollen wir entpacken also die kompress und was der impact wird diese daten die werden über das pipe hier direkt gleich an dd an das nächste kommando weitergegeben und das kann auf geräte lesen und schreiben zugreifen also das kann direkt eine sd karte auslesen wenn sie im kartenleser steckt oder direkt was draufschreiben und ich möchte jetzt was draufschreiben das sage ich durch das of also output file also meine ziel datei die geräte datei von dem gerät also meinem kartenleser ist in meinem fall das hier aber achtung bei euch kann es anders heißen also statt sdb kann das sdc std oder sonst irgendwas heißen guckt vorher genau nach bevor ihr sowas macht und wenn ihr euch hundertprozentig sicher seid dass das richtig ist dann dürft ihr das erst machen ansonsten überschreibt ihr euch vielleicht euer betriebssystem oder eine datenpartition oder irgendwas anderes was wirklich nicht gelöscht werden sollen mit bs lege ich noch die blogs heiß fest also ein megabyte da wird ein megabyte hier entpackt dann wird ein megabyte geschrieben auf diese sd karte kann man auch beschleunigen indem man ihren größeren wert nimmt aber mit dem einen megabyte bin ich immer ganz gut gefahren von daher lasse ich das jetzt auch wenn es anders vielleicht schneller gehen würde wenn euch das jetzt zu technisch ist könnt ihr natürlich auch statt dieser kommandozeilen aktion hier die ja höchstwahrscheinlich mit root rechten ausführen müsst auf eurem system ein grafisches tool nehmen da gibt es viele mit denen man so im mitte schreiben kann ja genau und da steht dann wahrscheinlich auch genauer bei welches kartenlese schreibt gerät ihr da zu fassen kriegt und so weiter wenn wir das jetzt gemacht haben stecken wir diese neu geschriebene karte in raspberry pi ein also soweit so klar und dann brauchen wir noch monitor tastatur und maus schließen wir alles an also monitor über dieses mini hdmi was ist sogar micro hdmi ist es wirklich so ein kleiner fitzeliger stecker und tastatur und maus über ganz normal usb und dann booten wir und dann gucken wir einfach mal zusammen was sich so da ergibt links oben dieses kleine schwarze quadrat ja sieht sehr quadratisch aus das ist im moment die capture karte also damit greife ich das bild ab was von dem hdmi ausgang von dem raspberry pi p 400 generiert wird da ist moment noch kein strom dran aber ich werde jetzt mal wenn ich das netzteil finde netzteil stecke ich mal ein und mal gucken ob das klappt ich hoffe es so wie man sieht sieht man noch nichts so jetzt sieht man auch schon mehr der monitor den ich eigentlich angeschlossen habe der funktioniert diesmal auch wieder nicht von daher ziehe ich das einfach mal groß hier und was haben wir her card stack ach so das ist wahrscheinlich die ist was am anfang kommt denn dieses image was ich da drauf geschrieben habe das ist normalerweise für eine kleinere sd karte und das wird dann angepasst hoffe ich jedenfalls dass das jetzt gemacht wird oder schon wurde also dass ich es nicht von anfang an gesehen habe da habe ich vielleicht jetzt den wichtigen teil gleich schon verpasst während ich in der zwischenzeit da rum gebastelt habe um dass es nicht mehr so grau aussieht eigentlich soll es ja schwarz sein ist es jetzt doch hochgefahren und ja jetzt kann ich mich anmelden aber ich weiß gar nicht wie das passwort ist ähm das funktioniert schon mal achso wir brauchen ja kein passwort das ist ja schon mal ganz gut gut jetzt würde ich einmal gucken ob ähm ähm achso natürlich englische Tastatur so mal gucken ähm also für mich ist es auch ein bisschen klein okay gut also der hat keine ip-adresse gekriegt wieder was rausgefunden also diese interne netzwerkkarte die funktioniert komischerweise nicht mit dem image was ich runtergeladen habe von daher habe ich mir jetzt eine usb netzwerkkarte genommen angeschlossen und darüber funktioniert das Netzwerk auch ähm was ich letztendlich denn gemacht habe ich habe hier einmal über die h client eth1 also so heißt diese usb netzwerkkarte da drin mir eine ip-adresse geholt von meiner firewall und ähm ja das genau existiert jetzt und wenn ich einmal gucke nochmal neu gucke steht ja schon oben irgendwo habe ich da jetzt auch eine ip-adresse gekriegt und wenn ich jetzt ähm ähm mein server anpinge dann funktioniert das jetzt auch hm komisch also bei diesem image was ich darunter geladen habe die ist testet image da stand auch bloß bei dass die wireless also die wlan karte probiert haben aber nicht die verkabelte netzwerkkarte mhm naja wie dem auch sei also das haben wir schon mal jetzt hole ich mir erstmal benutzer mache ich ganz einfach denn ich brauche das ding ja sowieso hinterher nicht für ernsthaftes arbeiten ist mir ja vollkommen egal z muss ich drücken um ein y zu kriegen denn ich habe noch die englische tastatur so jetzt habe ich neun benutzer so und ich hätte natürlich auch noch gerne eine deutsche tastatur da muss ich ja nicht so mit diesen also das ganze ist ja sowieso relativ klein ne also so so ein bisschen fitzelig ist das ganze und das minus das hole ich mir quasi vom nummernblock da muss ich hier noch so eine zusatztaste drücken damit ich da denn das minus kriege ist das so oder heißt das noch anders mal gucken konfiguration gucken ne das gibt's nicht also muss ich das einmal installieren und ja ja und und konsole set top update mit einer paketliste holen genau aber wir haben immerhin debian 12 so wie es eigentlich auch sein sollte und kriegst jetzt ja so genau das ganze ist alles sehr fitzelig klein und das kommt mir auch so vor als ob die farben auch komplett falsch sind aber selbst das ist mir erstmal egal äh ja mal gucken was dabei rausfällt mal gucken ob ich gleich umlaute habe ja es denkt hoffentlich aber wenn es nicht klappert weiß man auch nicht dass es was tut ja ja und da das ganze ja auch nicht sd karte installiert ist es sowieso relativ langsam haben es gibt schon mal eine andere schrift das schon mal gut umlaute gehen nicht äh äh nochmal mal mal gucken ob ich das noch mhm 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 das hätte ich auch noch gerne also also die idee also x und z schon richtig habe aber noch keine umlaute die kriege ich jetzt vielleicht darüber ich dachte das ding einfach mal neu kann ja nicht schaden es dauert wirklich alles länger als gedacht blink blink lad lad ich glaube jetzt stimmen die farben auch also in meinem obs da waren die farben dafür noch ein bisschen falsch eingestellt jetzt ist alles wieder auf standard von daher könnte das jetzt auch deutlich echter aussehen also die umlaute gehen immer noch nicht und habe ich ip-adresse gekriegt dann habe ich auch nicht also die client der 1 habe ich jetzt genau jetzt habe ich wieder was und habe ich hier habe ich vielleicht sogar irgendwie diese raspberry pi programme oder kann die nach installieren ihr firmware kriege ich die tastatur muss man also das stimmt schon jetzt mit den tasten überein also es ist kein englisches layout mehr aber ich habe noch keine umlaute und die möchte ich natürlich auch gerne noch irgendwann haben da fehlt ein s ok wie fahren wir ist installiert ok also ich habe es jetzt erstmal so nicht hingekriegt aber mein eigentliches ziel ist ja auch ein anderes ich möchte ja irgendeinen bunten desktop installieren so dass ich da denn was habe was mein bild aus gibt und ich nehme mal marte und den ssh server dazu und jetzt lasse ich das einfach mal laufen also das wird jetzt ein bisschen dauern bis das durch installiert ist das dauert hier alles deutlich länger und ja es ist wiederum schlecht zu lesen also es wird lange dauern so länger nicht geguckt was haben wir denn jetzt hier das sieht ja eher so eben eher so mäßig gut aus das sieht irgendwie so ein bisschen danach aus als ob sich jetzt hier die obwohl ach es läuft doch noch das ist es installiert immer noch was aber es gibt halt ein paar fehlermeldungen und also jetzt komme ich doch zur virtuellen nächsten konsole rüber ne gut also das scheint sich ja wirklich noch ein bisschen hinzuziehen hui das scheint jetzt wirklich durchgelaufen zu sein meine tastatureingabe versuche sind noch da jetzt probiere ich einfach mal ob da irgendwie ein melde manager vorhanden ist leite ich starte den einfach mal und entweder es dauert jetzt einfach länger oder es geht nicht ja ich würde jetzt wirklich zu es geht nicht tendieren also ich gebe dem ding jetzt noch mal neustart mal gucken vielleicht geht das dann oder ansonsten ja ist es halt pech dann geht es halt nicht ist ja auch eine erkenntnis die ich so gewinne und dann muss ich mir irgendwas anderes nehmen damit ich ein buntes bild hinterher rauskriege und dass ich vielleicht so ein desktop habe den ich mal so ein bisschen benutzen kann aber wirklich bloß damit ich ein bild kriege ja ansonsten nehme ich wieder dieses raspberry pi os was ja deutlich besser ist für desktop umgebung also insgesamt ist es jetzt eigentlich das was ich erwartet hätte was passieren müsste von daher wieder eine erkenntnis gewonnen dass das keine so tolle idee ist jedenfalls nicht mit der version ja es blinkt es blinkt es blinkt wieder als ist so ein bisschen danach raus als ob da versucht wird grafikmodus aufzubauen schützt vielleicht der x-server ab und das war's dann und dann wird kurz gewartet fällt zurück in die textkonsole und dann wird es wieder probiert und irgendwie sowas denn wenn ich jetzt hier versuche mit strg alt und die konsole zu wechseln mit f1 und so weiter das funktioniert jetzt so nicht also gerade eben hat das noch mal kurz funktioniert aber jetzt geht das gar nicht und schade also von daher breche ich das an der stelle damit ab hat nichts sollen sein das war's denn für dieses mal war ja nun nicht so erfolgreich vielleicht klappt es irgendwann anders besser jedenfalls mit dem image was ich da ausgesucht habe funktionierte nicht die netzwerkkarte die interne dazu gesteckte usb karte hat dann funktioniert aber das ist ja nicht so toll und der grafikmodus also das hat jetzt auch nicht funktioniert also ich habe kein light dm gesehen und ja also so ein bisschen enttäuscht bin ich für das projekt werde ich was anderes nehmen damit ich ein buntes bild habe und desktop so ein bisschen rum spielen aber debian 12 book form ist jetzt so nicht unbedingt die distribution der wahl wenn man bunte bilder ein desktop haben möchte ja auch wieder eine erkenntnis also ich habe was gelernt ihr habt wahrscheinlich auch was gelernt von daher würde ich sagen dieses mal macht es nicht nach es lohnt sich irgendwie nicht ansonsten abonnieren glocke drücken und zum nächsten mal und